Netz stabil bleiben, oder nicht? So, jetzt sind wir jetzt bei einem Mewtwo X-Raid. Ja, das stimmt auch nicht. Anwesend 60. Insgesamt wahrscheinlich 80. Er hat einfach mal zwei, denke ich am Arsch an. Am Montag gekriegt. So, 24 Stunden. Blau war jetzt da hinten oder was, gell? Wird mal da rüber gehen, Schatz. Jetzt öffnet sich das Spiel einfach nicht. Passiert gar nichts. Da war gerade eine Hölle hier hinzu. Echt jetzt? Alter, das wärs jetzt. Durch die Stadt? Ja. Wird schon mal mit mir hingefahren. Ich bin glücklich, wenn ich den Sparkleisch frei bin. Da kommt gerade was von. Und Zug. Gleich noch nach Wied wieder heim. Mit Zug. Echt? So, nach leichten Start, nach leichten Startfehlern sind wir nochmal bei Mewtwo X-Raid. Was denn hier? Sonst vergesse ich noch. Hier sind mega viele Leute. Also ich müsste jetzt lügen. Es sind bestimmt 50 Leute. Mit nicht mehr. Und heute ist sowieso ein ganz besonderer Tag. Das werdet ihr alles gleich im Video sehen. Nicht nur ein besonderer Tag, weil ich eine X-Raid Einladung habe. Sondern das werdet ihr im weiteren Verfolg des Videos sehen. Und ich bin so nervös. Äh, ne, die 72 waren noch frei. Das wird eng im Neubsdorf. Ich bin so nervös. Ne, Neubsdorf. Ich bin mal wieder. Ich kenne den Neubsdorf. Neubsdorf ist, ähm, oder, oder Kass. Wie heißt das noch? Ich bin so nervös. So nervös. Bei Kass? Ne, dann ist die Uhr. Also die Straße war frei. Die Straße war frei. Ja, ja. Das ist schon dran. Da wo der riesen Bagger steht. Bitte sein mein Freund heute. Sei lieb zu mir. Der steht auch schon wieder oben. Und der hat auch schon... Ich bin so am Zittern. Ich bin richtig nervös. Wann musst du da hin? Heute? Heute. Heute geht das. Ja. Aber wenn es noch steigen sollte, morgen auch. Letzte Woche. Du weißt, wie das geht, ne? Sanana-Bere, dann klappt das. 57. War doch letztes Mal genauso. Hast du auf mich nicht gehört? Goldene, goldene, schmeißen Sanana. Aber mir ist das egal. Sind wir jetzt drin, oder? Nein. Ich bin schon am Gucken. Wie dass ich was verpasse. Oh mein Gott, sind hier. Viel Erfolg, gell? Ja, übrigens. Danke. Schreien, wenn es heute... Stefan? Hier müsste man jetzt so einen Marktschreier haben, der alles aufteilt in gewissen Gruppen. Ja, genau. Das ist bei Löwen. Das ist auch so. Du hast so einen Fremden-Account und du meldest dich an, kriegt einer erst eine Mail. Geben sie jetzt die drei, sag ich mal, und du musst die drei eingeben. Ja, drei Zahlen. Aber da kommt ja nicht mal rein, dass eine E-Mail verschickt wird und so. Da steht direkt Benutzername und Passwort falsch. Hast du am 16. Hast du am 16. Sitzung, gell? Ja. Das bringt nichts. Der meldet sich ja mit einem anderen Account auf dem Handy an. Da wird er erst mit einem Google-Account oder einem Google-Account. Das ist halt die Sicherheitslücke bei Google. Dann kriegt er dann mal auf seinem Handy entweder eine Zahl vorgelegt oder muss es bestätigen, dass er sich von einem anderen Gerät eingestellt ist. Wenn es eingestellt ist. Wenn. Aber in der Regel macht man das so was. Ja, aber das ist jetzt so größer, die wir hinterher haben. Mach mal ein bisschen Platz, wenn wir brauchen. Bitte schön. Ist das dein erster Pass? Zweiter Pass. War's? Drecksack. Ich auch. Also ich habe zwei auf einem Account gekriegt. Am Munde habe ich noch einen gekriegt für bei mir. Ja, hab ich auch. Aber es ist mein erster Mutual-Rate. Ja, mein ist wohl der erste, aber ich habe eigentlich für beide Handys. Und ich bin richtig nervös. Ja, er fängt für mich, aber ich bin dann aufs Auge. Weder fahr ich noch, ich fahr ich nicht. Aber nächste Woche haben wir ja auch noch eine. Au, es geht los, hä? Wer ist denn da reingegangen? Doch gar keine. Wer ist denn da reingegangen? Wer ist denn da reingegangen? Die Sprufa gehen rein. Ich will nicht wissen, wie viele da einen Pass haben. Stimmt. Deswegen ist es doch gut, wenn man dann private Gruppe machen kann. Jeder private Gruppe hat alles Sprufa. Keine einzige auch. Ich weiß, dass Rot um 1650 hat und... Seid ihr alle blau? Ja. Sehr gerne. Du bist auch blau, gell? Guck mal. Hey, die Blaue mal ein bisschen. Hey, guck mal. Blau. Ich bin Ruf heute. Alles gut. Also, Muni. Dann hast du Pech. Hey, Anne. Hier ist Blau. Mit einem Kaperdorch. Mit einem Kaperdorch. Dankreich. Gott, nee. Wie viele Leute. Hast du mich erschreckst? Du musst du mir eine ausgeben. Ja, ja. Aber... Kann ich wohl nicht überreden. Das ist so gut. Gleich geht's los. Das ist jetzt noch zu teilen zwischen 1640 und 1650. 1640. 1640. Dann geht mal 1650. 1650. Wer hier 1640 hier hin? Ich geh halb hier hin und halb da hin. 1640. Das war ja gerade wieder. Ja, mit dem gelben hab ich auch noch. Wollt. Man muss doch hier rüber. Ich komm daher mit dem 1640 da rüber noch. 15. 1640. 1640. Ich muss bei beiden da rüber. Wie immer die sich für WhatsApp-Universal haben. Oh Gott. Du bist arbeitest. Da kommt gleich noch jemand. Komm daher auch noch. Ey, wir sind ja genug hier. Ich glaube 1640 ist genug. Ja, ja. Aber ich mein, er kommt ja gleich noch so 1650. Oh Gott, ey. Wie geht's denn hier? Wenn die in der Sitzung ist. Es sind Leute, die arbeiten. Die Marie hat einen Pass, aber der kommt mit dem Handy. Weil der Kugel-Account hat und greift den 30 Jens. Max ruft wieder mal an. Scheiße. Echt? Ja gut. Das ist natürlich Schicksal. Das muss man von vorne klar sein. Deswegen melde ich mich, wenn ich meinen Account, wenn ich mal sowas machen würde, anmelden, damit er direkt das bestätigt, dass ich das... Ja, direkt bestätigen, fertig. Was denn? Dann hast du so Probleme nicht. Das Problem hatte ich doch auch mal gehabt. Mit diesem Code. Ja, wir haben hier einen Level 40er, der heißt Apo. Hey Apo, stell dich mal dazu. Apo, 1640 blau, gell? 1650 da. Ja, du hast ja meins. Hier liegen gleich eine Menge Leichen. Ja, die fangen erst um 1650 an. Hey, komm her. Komm her. Komm her. Zwei Minuten noch, dann geht's los. Zumindest 1640 Gruppe. Kannst du auch noch eine Minute fahren. Ja, aber ich war hin und musste mal arbeiten, gell? Ich warte doch nicht bis 1650. Ja, musst du aber. Musst du aber. Ich muss nach Hause. Sonst muss ich heute bei dir schlafen. Deine Frau hat recht gleich Döhler und wo ist das? Ohne Zwiebeln. Gleich geht's los. Machst du eine Jensengruppe aufmachen gleich. Wie machen wir eine private Gruppe? Eine private Gruppe, ja. Ich fange 1640 an. 1640 fange ich pünktlich an. Obwohl ich eigentlich, rein theoretisch sind mir das eigentlich vollständig. Ja, dann könntest du theoretisch jetzt schon anfangen, oder? Ja, mach doch privat. Soll ich? Dann werden wir uns auf Arbeit gehen dann auch. Ich mach da eine private auf, ja. Mach es an, Anni jetzt. Drei Minuten vorher reicht doch. Privat, wie? Du hast doch gar kein Internet hier. Na komm her. Du bist zu weit weg. Du musst dann mit rüberkommen. Nee, du musst hierbleiben. 1650 ist die Zeit. So 1640. Die Gruppencode lautet Taubsi, Pikachu, Bisasam. Taubsi, Pikachu, Bisasam. Was hast du gezwungen? Taubsi, Pikachu, Bisasam. Oh, nein. Jetzt fange ich jetzt an hier. Richtig. Bestätigen. Wir laufen mal weiter. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Wo macht man das? Wenn man das kann, ne? Wie geht das denn? Bei so vielen Leuten brauch ich glaube ich nichts Besonderes auszuwählen. Ich lass das drin, was drin ist. Ich lass das drin. Genau. Ich lass einfach das drin, was drin ist. Heute ist so ein besonderer Tag, nicht nur Mewtwo, sondern das werdet ihr in einem weiteren Video sehen. Ach, jetzt hab ich vergessen, ich wollte mal eins. Wo ist das Abo? Ey, dein Kabel ist kaputt. Ja, egal. 60 Sekunden. Ja, geht noch, geht noch nicht. Ich hab noch ein neues da. 20 schon an? Ja. So ein Abo. Ja, ich mach gut. Sind alle 16, 40er Uhr Zeit drin, ne? Nein, lass mal, lass mal. 40, ne? Nee, komm nicht. Na ja, schon zu klein. Ja, du fängst ja dann nicht. Oh Gott. Der Junge ist 100. Sehr gut. Das muss ich wirklich haben. 20. Ja, ich versuch's, das ist noch gut. Ach so, ja. Was ist? 20. Aber wo ist es für euch? Ja, ich muss ja los. Du bist jetzt drin, ne? Okay, wie cool. Das ist was. Ist eh nicht genug, halt. Ich hab's genug. So, jetzt geht's los. Boah, wir sind schon zittern. Alter, da ist Miutu. Ja, alles ausweichen. Bei mir ist so ein Ausweich, wenn ich ausweiche nicht. Max, willst du mal machen drin? Du musst ausweichen, bringt irgendwie gar nichts mehr. Sehr effektiv. Ihr habt vorher nicht mal ausprobiert. Alles sehr gut. Mein erstes Resport, der Fall ist schon bei der Ecke. Der ist schwach. Auch wenn du mit dem Kämpfer bist, der ist schwach. Der ist ein bisschen steigendanker. Alter, er brauchte nicht mehr die Hälfte der Zeit. Ich muss unheimlich sagen, mein Desport hält voll lang durch. Bei mir ist es bei der Hälfte verreckt. Bei mir, ja, bei Gelb schon, unter Gelb. Das geht schon gut. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, der ist fast noch. Boah. Jetzt. So ist es am besten zu kämpfen. Miutu, die Miu. Ja. Bam. Miutu ist down. Nach unglaublicher schnellen Zeit. Jetzt kommt der Höhepunkt. Erstaunliche 3 BD-Ber bekommen. Sollst du zeigen, wie das geht? Ich hoffe, dass kein gutes. Zwölf Bödel. Wie ist das? Ja, das seht du. 22 Meter. Ich habe nicht gerade ein besonders gutes. Aber es ist mein erstes und das will ich haben. Oh, das ist ziemlich nah dran. Dass ich eine Erinnerung habe. Was? Oh. Oh nein. Was mache ich denn? Gott, ey. Das liegt an meiner Nervosität. Ich traue mich nicht mal fabelhaft zu treffen. Werfen. Eins. Oh. 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 Oh mein. Oh mein. Oh mein, wir verschwischt. Ja. Guck drauf. Guck drauf. Guck drauf. Guck drauf. Guck drauf. Und jetzt kommt das geilste in diesem Video. Und jetzt kommt das geilste in diesem Video. Kann ich noch sagen, was du hast? Ja. Pass auf. 2-2. Aber pass auf. Pass auf. Du hast dich gefroren. Bam. Nymphetti. Richtig nice. Hallo. Aber einer in der Gruppe fängt in der... 92! Mit 15 lang. Wohin. 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 Und den ersten. Dritter Ball. Noch was drin. Glückwunsch. Sie hat keinen Neu. Das ist meine Mama. Dankeschön. Ich sag mal Danke. Danke, für dich. Du kannst auch drehen und fangen. Wir brauchen mal ein Fakt. Ich weiß gar nicht was. Und damit beendet ich dieses Video. Bye, bye, mein Lord. Was sind denn nächste Woche Skaterbanken? Und der zweite wird folgen. Bis dann.